aller herzlichst willkommen zurück zu destiny 2 wir sind auf golds schiff unterwegs das ist schon ziemlich krass und wir müssen auf jeden fall den reisen ran was genau wir jetzt machen sollen um das alles doch zu retten weiß ich nicht einfach gold einfach fies in den hintern treten müssen oder was auch immer jetzt passiert weil der hat ja auch noch irgendwas vor ich habe keine ahnung vielleicht kämpfe ja wirklich im letzten kampf gegen gold das wäre schon krass aber das glaube ich eigentlich eher weniger aber das war überraschend was jetzt noch alles kommt das wird auf jeden fall verdammt ernst wir sind fast da wir sind fast am reisenden goldschild also quasi direkt am reisenden er hat ja auch irgendwas mit dem ding vor ich bin gespannt was er da noch vor wer hier um die ecke geguckt hat wer bist du eigentlich dahinten letzter wächter letzter wächter stoff vielleicht ist das eine ankündigung mit dem letzten wächter wer weiß das sind jetzt eigentlich alle seine leute dauer dominos ist daumen hat er selber gewissen der reisende leckonio wo hängen wir hier rum karasa schied wirklich heftig wirklich wirklich heftig das kann nicht wie es einfach aussieht viel zu gut die schüsse naja krass wirklich krass aber irgendwas der reisende sieht ziemlich am sack aus ganz ehrlich ich glaube der reist nicht mehr allzu viel das ist ein tolles wortspiel das war wieder ein rei boah läuft bei mir heute wie passend dass dein reisender dich wieder zu mir schickt sie mich an dominos der rot legion auslöscher von sonnen vernichter von tausend welchen rechter von göttern und bezwinger des lichts ich bin krass was bei ihm abgeht und wurde zur legende du entkommst mir nicht ich fürchte ja es ist der final fight fuck you krass gegen goal persönlich mit den ultra kräften ähm zählst du davon kommt das gut an bei dir oder nein daneben fuck was hat denn jetzt genau mit dem Reisenden gemacht das würde mich mal interessieren machen sie das der Herr der feine guck mal der hat meine Ulti von der anderen Skill die Feuer Ulti der blöde Hund ey nutzt da hier meine Skills gegen mich komm lad mal nach hier außerdem bin ich übrigens die Legende mich kennt man schon aus Destiny 1 ja also mach mal hier nicht so einen auf dicke Hose ich weiß ehrlich gesagt nicht ob du in Destiny 1 dabei warst aber ich glaube weniger ähm was passiert da was macht er da ich muss ja mal gerade okay ich muss mich um den kleinen Scheiß mal kümmern vielleicht kriege ich ja dann noch wieder Granatwerfer äh Raketenwerfer Munition ist ja auch nicht verkehrt was ist das hier ach hier gibt es so Ulti ne ja nice müssen wir damit jetzt den Gold herausführen oder so was ist hier der Plan ja wieder so ein Flash hier ja alles daneben aber es ist auch ganz gut wenn das Kleinzeug hier mal weg ist ganz ehrlich die gehen mir jetzt vom Dezender auf den Sack grad äh hauen wir mal die Ulti rein nein das war zu nah fuck hab ich direkt gemerkt ich denke mal den müssen wir damit irgendwie da rausholen was anderes kann ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz vorstellen ne da ist er ja wieder hey ach so ich musste jetzt zweimal die Ulti einsammeln bis in der Hüfte da rauskommt oder was nein hab ich getroffen ich weiß es nicht ne ich glaub nicht wow jetzt hat der unsere anderen unsere anderen leeren Sachen hat er jetzt was ist denn bei ihm los wieso wieso ist der so ein Dieb nicht runterfallen nicht runterfallen ja ja komm quatsch mal keine Opern ach verdammt ok ähm wieso bin ich denn so lahm alter ich bin echt mächtig langsam ok ok Ulti ist wieder da da hinten ist er kommt jetzt hier hin haha geil was für ein Fight beide mit der Ulti gegeneinander das ist aber schon cool ok da hinten ist wieder Ulti damit kann man die Kampfe ja super easy beschleunigen und gewinnen hä das finde ich irgendwie ein bisschen OP ich weiß nicht vielleicht kommt da ja noch was was jetzt voll krass ist was das berechtigt aber so alleine finde ich das schon ein bisschen sehr stark dass wir die Ultis immer wieder so aufgeladen werden ja mal sicherheitshalber So, und dann haben wir wieder ein bisschen auf, wollen wir die ganze Crap Die ganze Trash-Mob-Kacke hier So Komm, Goal, komm da raus Jetzt wird der Feuer und leeren Putzi Da liegt blauer Loot Da will ich hin Er muss sein Ab bitte, Tau, hier Ach, Moment mal Müssen wir den vielleicht, ne, der ist auch wieder raus Der bleibt wohl anständlich Einfach eine gewisse Zeit dafür Nein, voll daneben Scheiße Nein, jetzt ist er Elektro-Eini hier Ah, das ist dann unser dritter Skill wahrscheinlich Das hat er alles auf einmal Das kann er alles zusammen quasi Oh, fuck Der weicht ja vollgekommen aus Ja, ja Quatsch, mal keine Opern Aber der kann ganz schön heftig fliegen, der Junge Nein War doch noch getroffen Das ist voll der krasse Kampf, so Ich kämpfe die ganze Zeit Ulti gegen Ulti Boah, jetzt hat er aber gerade, ähm Lauf Lass mich ja in Ruhe Lass mich ja in Ruhe Mr. Dominos Dominos Pizza soll übrigens voll eklig sein Ich hab noch nie eine Funder gegessen Aber die soll immer teuer sein Und nicht wirklich gut schmecken Kann ich nicht nur bestätigen Steht im Raum die Aussage Nein Wieso bin ich denn so hard to slow wieder Ah ja, stimmt Hier ist jetzt auch eine neue Waffe Ganz vergessen Hat sich mal, ähm Gewechselt jetzt In irgendeiner Folgenpause Boah Als ich auch dann geskillt hab Die war halt besser vom Schaden her Einfach Jetzt haben wir hier keine Ultis mehr Jetzt sind ich erst mal ein bisschen breit Das hab ich mich schon dran gewöhnt Vielleicht ist er dann auch immer besonders anfällig Für das, was er gerade aktiv hat, weißt du Dass er jetzt anfällig oder immun gegen Feuer ist Das wär auch schuld Kann ich jetzt natürlich nicht ganz testen Ah ne Das kann ja nicht sein Wir hatten ja eben ganz am Anfang Wo er Feuer hatte Den Raketenwerfer an Und da hat er ja auch Weder Besonders viel Schaden bekommen Noch war er immun Und das ist mein Tod Nein Nein Nein, doch Nein Fuck it, ey Ich bin immer weiter zur Seite gegangen Und war da noch die letzten HP am runterprügeln Und dann bin ich ja echt runtergefallen Verdammt Aber Der ist bei der Hälfte Ach gut Guck mal Wird der Kampf sogar bei der Hälfte gespeichert Ist ja schon ein bisschen sehr einfach gemacht Muss ich sagen Also da ich jetzt runtergefallen bin Das hat ja nichts mit dem Kampf an sich zu tun Das war einfach nur wieder dumm Oh ja Nochmal Ulti Und dann hoffentlich bleibt er mal ein bisschen stehen Ja Oh, ganz knapp, noch ein bisschen mit 1700, aber es ist ja sowieso nicht viel, ne? Aufopferung? Ich weiß ja nicht, ob du noch was mitkriegst, ne? Aber ich opfer mich hier die ganze Zeit auf den Kampf gegen Dichtenbuch. Und zwar für alle Hüter und den Reisenden. Und Mama und Papa und alle, die zuhören. Ja, so ist es. Okay, ich darf nicht wieder so hässlich da runterfallen. Und einfach den Fight gegen den zu Ende bringen. In aller Ruhe. Nur er und ich. Scheiß auf die ganzen Ads, auf die Trash-Mobs. Scheiß auf alles, der Goal, der muss jetzt aufs Maul kriegen. Wer besonders viel hat da auch nicht mehr... Ach, ich kann keinen Luft legen. Fuck, ich kann keinen Luft legen, ich hab Cooldown drauf. Okay. Ja, komm her. So, wo ist der Sack? Da hinten fliegt er rum. Ich bin wieder da, Goal. Ich bin wieder da, Goal. Das mit dem Blitzen, das haut schon echt gut rein, Mann. Das haut richtig, richtig fies rein. Oh, gleich ist die Muni von der Waffe auch noch leer. Hoffentlich trifft sie. Ja! Ja, das ist sein Ende. Das ist sein Ende. Das war, das war sein Ende, was sie getroffen hat. Geil. Nein. Ja, das ist sein Ende. Nein. Das war, das war, das ist ein Ende. Reisender, siehst du mich jetzt? Ich bin unsterblich. Ein Gott! Du hast versagt. Ich bringe ein neues Zeitalter. Du siehst mich nicht. Du hast versagt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das Licht Das Licht lebt überall In allen Dingen Du kannst es aufhalten Versuchen es einzufangen Doch das Licht findet seinen Weg Das Licht lebt überall Das Licht lebt überall Ja gut, das war jetzt die Solo-Kampagne Von Destiny 2 Die ist auf jeden Fall damit jetzt zu Ende Aber ich mache natürlich noch ein bisschen weiter Immer wieder mal Ich will ja auf jeden Fall noch maximale Power Und noch ein bisschen was sehen Und all so ein Kram Das ist auf jeden Fall jetzt nicht zu Ende Das war ja eigentlich nur Ein kleiner, mehr oder weniger kleiner Teil Jetzt geht ja noch Der ganze andere Kram erst so richtig los Die ganze Loot abgreifen Die Strikes machen Auf Missionen gehen Und all so ein Kram Da will ich auf jeden Fall auch ein bisschen was machen Vielleicht auch mal in den Raid rein schnuppern Mal sehen Es war auf jeden Fall ziemlich cool Eigentlich Also an der Story Haben sie auf jeden Fall noch mal gut angezogen Das war schon wirklich gut gemacht Auch die Synchro Die Deutsche auf jeden Fall von Ghaul Die war schon wirklich nice Kann man einfach mal nicht meckern Das war auf jeden Fall das Geld wert Vor allem wenn man betrachtet Wie viel da jetzt noch im Anschluss An die Singleplayer-Kampagne eigentlich kommt Wie viel da jetzt noch im Anschluss Wie viel da jetzt noch im Anschluss Wie viel da jetzt noch im Anschluss Uiuiui, was war das denn jetzt gerade für ein böser, böser Vorbote? und wo sind wir hier? Ach stimmt, die Farben gibt es ja jetzt quasi nicht mehr, ne? So, hier ist Schmelztiegel. Ja, ja, voll. Was geht hier sonst noch so ab? Hey, Juni, das gleiche Schicksal wird den nächsten Anreifern wiederfahren. Hallo? Everversum, ach komm, guck mal mal, was da so gab. Alles steht zum Verkauf. Der hat ja wieder ein paar Geschenke, guck mal hier. Warlockhülle, der Geist. Begeistert, die stolz sind, der Partner eines Warlocks zu sein. Ja, cool, legendär. Schön, cool. Schädern, Ausrüstungsmods. Mehr hat's denn nicht? Okay. Wir sind auch noch immer nicht Level 20. Wir sind ganz kurz davor, ein halbes Level. Okay, so kurz ist es jetzt nicht. Ja, guck mal, was wir hier alles haben. Können wir das einfach alles einsammeln? Ja, müssen wir das machen. Fertig, fertig, fertig. Fertig, fertig, fertig. Ja, ja, ja. So, was, ich bin hier am ducken. Was haben wir sonst noch alles? Was geht hier? Fertig, dann schauen wir doch mal, was wir uns mitgebracht haben. Oh, nix anscheinend hast du hier. Okay, äh, hier. Das sieht nach Waffen oder Munition aus Waffenmeister. Bringen wir dich wieder da raus. Ach, guck mal. Ausrüstungsmods. Modkomponenten. Okay. Ah, da kann man wieder jetzt so viel machen, ne? Das ist schon echt krass. So, da haben wir ja eh nix. Mal grad schauen. Ja, guck. Ja, ja. Wir haben doch hier, Moment, jetzt einen neuen Geist. Eine neue Hülle. Äh, was steht da? Erhalte 20, äh, 10% EP zusätzlich im Schmelztiegel. Chance auf zusätzliche Gruppen, Verbrauchsgegenstände im Schmelztiegel. Aha. Ja, gut. Okay. Muss ich jetzt nicht unbedingt. So, da ist er wieder. Wer ist da? Ist das Zawala? Ja. Doch, siehst du auch, Zawala. Dann können wir da nämlich wieder die anderen Sachen machen, die Strikes oder so. Hast du einen Bericht von der Front? Dann muss ich mal schauen. Ne, hier unten war ich ja eben. Wo denn, ähm, Ikara und so sind. Was ist da oben noch? Oder da drin vielleicht? Oh, naja, gut. Sind wir jetzt hier auf jeden Fall. Was war das? Ich konnte doch hier gerade eben irgendwas machen. Naja. Und gerade den Navigator öffnen gucken, wo wir hier jetzt überhaupt. Der Turm. Ah ja, stimmt. Davon habe ich schon mal gehört. Ich habe mich ja nicht großartig spawnen lassen. Aber, ähm, hiermit oder mit dem Turm ist dann quasi so, ja, das ist halt jetzt der Place to be, ne, die neue Aufstatt sozusagen. Holiday. Gate ist da. Das ist Post. Das ist Overversum. Und da hinten ist Korra und da ist auch eine rote Schlacht, Kampagne. Hawthorne ist in den Turm eingezogen, worüber niemand überraschter ist als sie. Finde heraus, wie sie zurechtkommt. Aha. Anfahrenruf-Clans. Ja gut, ich bin mal gespannt, was mich ja jetzt noch alles erwartet. Ich werde dann hin und wieder auf jeden Fall was aufnehmen dazu. Mal so ein paar Strikes oder irgendwie was. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank auch fürs Verfolgen, wenn es jemand gemacht hat von der Single Player Kampagne. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und haut rein. Ja gut, ich bin mal deutlich. Ja gut, Untertitelung des ZDF, 2020